Hallo meine lieben Freunde, willkommen auf einer weiteren Reise von Sir Onyo und unserem kleinen grünen Freund, den ich grün nie getauft habe, hier bei dem Spiel Omno. Zwei Stationen unserer Pilgerreise haben wir hinter uns, das Licht und die Leere. Und jetzt sind wir hier im Lake Ober, bei der Station Der Riss. Und wir wurden von einer freundlichen Qualle, ich denke es ist meine Qualle, hierher befördert. Und jetzt sind wir hier und schauen uns um, um natürlich auch weiter zu kommen. Da ist unser Freund Grünli. Und hier sind immer schöne Nachrichten von unserem Vorgänger, der auch diese Pilgerreise angetreten hat. Wie funkelnde Schnee in der Sonne strahlte das geöffnete Portal. Es sollten die Stabträger selbst sein, die uns den Weg ins Licht zeigten. Okay. Schaut ihn euch an. Süß, oder? Ihr grinst. Grinst er? Nee. Ah, das ist ein Bauch, so weiß. Au, 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 au. So soll's nicht anfangen. Oh, hallo. Freundliches Wesen. Stalixis. Nachdem sie die ausgewachsenen Geweihe abgelegt haben, wachsen sofort neue, stets prächtiger als die vorherigen. Okay, hallo. Schenkst du mir auch Energie? Okay, ich lasse dich in Frieden. Was haben wir hier? Ah. Holen wir uns doch erstmal die Karte. Neue Eintrachtskip Ruins. Bespielte und neugierig. Ausgezeichnete Schwimmer, aber auf Schnee zu rutschen, scheint ihre wahre Berufung zu sein. Okay. Kommt mit mir, meine Freunde. Ui. Süß. Wir gehen erstmal zur Karte, meine Freunde. Danke. Für die Energie. Erstmal meditieren. Zur Ruhe kommen. Ach, freilsam für die Seele, so ein Spiel. So, was haben wir hier? Da drüben ist was. Ah, da brauche ich Energie wahrscheinlich. Gehen wir doch einfach hier weiter. Hallo, Freund. Dankeschön. Ich glaube, wir haben gleich Energie zusammen. Ne, ja. Mein Arm leuchtet schon sehr. Hell. Ja. Gehen wir gleich da hin. Dann haben wir das schon mal sicher. Hallo, Freund. Moment. Es fliegt da hin. Okay. Sehr gut. Bleiben wir doch gleich hier. Nochmal Energie? Ne. Ah. Da ist das Ziel. Was haben wir denn hier, Schönes? Da lang. Mhm. Da ganz oben. Oh, ich glaube, ich muss auf die Quallen rauf. Hallo, Freunde. Ich will euch nicht wehtun. Ich brauche nur eine Mitfahrgelegenheit. Danke. Äh, du Chalice. Lese ich gleich, Freunde. Au. Au. Ich lese sofort. Werden auch als die Tränen des Nebels bezeichnet. Sie erscheinen stets als Schmarm. Das sieht man. Nicht auch. Nein. Der Sprung war ein bisschen zu kurz. Ja. Ich hoffe, ich tue dir nicht weh. Ein bisschen weiter nach vorne. Ja. So. Den schauf hier, oder? Easy. Dankeschön, Freunde. Ich bin wieder weg. Bis zum nächsten Mal. Ah. Ich hoffe, es bringt mich nicht um. Surfen. Surfen. Oh. Das hat funktioniert. Sehr gut. Ah. Da ist eine Eglüfe. Hallo. Uctulus. Sie scheinen Schatten zu meiden und es zu genießen, sich im Licht zu sonnen und Wärme aufzünden. Wer nicht? Danke. Steigt alle auf. Sehr schön. Ach, schön. Kann ich nicht oft genießen. Echt schön. So. Ui, 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 ui. Die Stabträger ergründeten die Geheimnisse des Lichts und bündelten dabei ihr Wissen und ihre Kraft. Sie öffneten in unserer Welt ein Portal in eine andere. Das Tor des Lichts. Das interessiert mich auch, was dieses Tor ist. So. Was haben wir hier noch? Gehen wir mal da rüber. Wahrscheinlich sind hier noch ein paar Sachen. Aber, was werden wir sehen? Diese Glyphen. Da. Okay. Das sieht aus wie ein Rätsel. So. Was ist hier? Okay. Was ist hier? Ah. Okay. Da komme ich wahrscheinlich nicht so einfach hin. Ah, okay. Einmal Punkte. Ja. So. Dann. Unten links der kurze. Ich glaube, das ist hier in der Mitte. Müsste der sein. Ja. Und der. Wahrscheinlich hier. Ja. Gut gemacht, Grünli. Haben wir gut gemacht. Echt? Brauchen Grünli? Ne. Ich glaube, ich habe was auf den Augen. Sehr gut. Sehr gut. Ich sehe nichts. Aber ja. Wir haben hier noch einiges vor uns. Okay. Gehen wir mal erstmal da lang. Hallo, hallo, hallo. Ich will hier noch eine Lücke irgendwann. Okay. Okay. Bergauf ist schwierig. Okay. Oh. Okay. Okay. hoffentlich freund frimo ist eine in legenden gehüllte kreatur zeigt sich nur wenn nicht nach ihr gesucht wird wird mich schon geehrt hier ist etwas wahrscheinlich liegen die hier drauf ane da oben wahrscheinlich muss ich darüber bitte nichts einbrechen hier danke sehr schön freunde hallo hallo wie es dem licht holt dankeschön dankeschön macht er ist noch gehen wir erst mal dahin ich vergesse hallo grünli wie kalt der wind wie groß meine neugier städte in den wolken wurde mit licht erbaut der höhepunkt unserer gottur schien erreicht doch die starbträger sollten uns unverhofft was zufällig einen neuen horizont eine neue welt eröffnen ich befürchte dass diese kultur oder zivilisation nicht mehr gibt ausgestürmt ist hoffen wir das mal jetzt nicht aber was war das hallo ok hier sind das brutale tore hm wer weiß ach das surfen gefällt mir so das das werde ich wahrscheinlich uuuh nein das war die falsche tost 80 ok wahrscheinlich brauche ich energie dass ich schnell rüberkomme kommt mit freunde durch die tore hier sehr schön sehr schön machte das sehr schön machte das ich brauche energie zu mir etwas du hast nichts mehr du vielleicht dankeschön und los und los das langt niemals bis dahin das langt niemals hm ich weiß grünli ich weiß aber schaffe ich nicht scharf ist nicht nein zweimal zweimal probieren wir es noch einmal wenn nicht dann leider nicht oder ich nehme ah warte jetzt ich nehme die mit bis nach oben und geben sie mir da energie vielleicht falls es zuvor nicht schon ausgeht nein noch nicht ver verbrauchen meine freunde kommt 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 doch nein ich habe es schon verbraucht hm schade 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 wie kann ich das schaffen das schaffe ich niemals das schaffe ich niemals das schaffe ich niemals nein 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 so nicht schade schade trotzdem noch ein paar liefen oder nicht ich bekomme ich ja was neues schade ich habe das jetzt gerne noch gehabt und vielleicht den hier haben uns freunde oder du kommst du da und los bist du noch da er ist weg du du schaff ich es mit surfen jetzt hier irgendwo hinter ich glaube nicht schade ich hätte loslassen müssen na gut gehen wir weiter schade ich brauche ich da einen stärkeren sprung vielleicht öffnet sich hier irgendwas sehen wir ja gleich hier wahrscheinlich nicht was haben wir hier fängt schon mal gut an ach das zeigt mir doch an nein 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 es ist noch mal verstehe jetzt sagt 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 müsste das sein das was sagt sagt das ja also das da muss es das das nein das ich glaube ich es bezieht sich glaube ich immer wo ich wie ich hinschauen du bist du mich ironieren ja der da hinten wahrscheinlich ja so du schaust von oben runter das heißt wahrscheinlich der du der da hinten sehr gut mitte ach ja sehr schön aber ich will da das eine da noch haben wir probieren es noch einmal waren so ein paar Tore ich versuche mal vielleicht ist es ein Rätsel durch alle durchzufahren ich glaube nicht dass sie hier ohne Grund stehen machen wir wahrscheinlich mit dem obersten da an oder das Rätsel war jetzt bis ich das den Winkel verstanden habe machen wir mal durch sagen ja habe ich mir schon gedacht nicht versauen das kann was werden Tostatur lenken schneller 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 Sironior Folge Grünli schaffst du schaffst du schaffst du ja habe ich doch gewusst haben wir das Rätsel auch noch gelöst und hoch sehr schön sehr schön haben wir das hier ja sehr schön gut gemacht sehr und die Ohren Grünli können Lake Ober verlassen unsere wilde Reise war hier erfolgreich puh anstrengendes Rätsel ja werden wir jetzt wieder zum Licht schön richtig schön Dankeschön ihr Quallen das wieder das legendäre Wesen das nur auftaucht wenn man es nicht sucht und wir haben es nicht gesucht es war da oh oh Grünli ist auch dabei es sieht aus so bis hier warm ist Wüste oh nein Grünli nein hoch hoch das war fast ein Herzinfarkt weh weh du stürbst mir ich sag's dir ja sieht aus wie eine Wüste alles tauchen oh eine neue fähigkeit das gefällt mir lasst euch leiten lasst euch führen vertraut auf das Licht ja so sei es was kriegen wir besonderes teleportieren oh 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 das war genial ich würde das jetzt nicht teleportieren nennen aber schnelles reisen würde ich das nennen was los mein Freund ok das das hat mir gefallen sehr schön viele neue Möglichkeiten ergeben sie jetzt hier kann ich auch so teleportieren leider nicht hui das war schnell ich darf hier aber ich will ja jetzt nichts übersehen nicht nicht zu gierig werden hallo wo sind wir hier gibt es ja wieder ein gemälde die zeit läuft ok ok ah wow folgt mir grünli wir sind auf der richtigen spur für was kann ich noch nicht sagen aber wir sind richtig dies auch heißt etwas bitte kein fleischfresser bist du freundlich ich glaube eher nicht ja das bezweifle ich ich glaube hier werden wir eher tot finden als sonst was ok zurück nein speicher punkt kvulta canyon hier sieht zwar was gehen wir erst mal zur karte bitte nicht essen ich bin noch kein aas dankeschön kalubs süß flink und agil sie sind sehr sozial aber kaum zu zähmen schade 2 1 haustier oh sie folgen hallo erst mal die karte da haben wir schon mal eine glüfe meditier mit mir ein treuer neuer freund schön ok ich glaube hier will ich schnell raus sieht mir nicht sehr einladend aus in diesem canyon der vom wind sanft bewegte sand schleift die felsen so einfach so ehrlich wie das licht selbst ich muss meinem volk ins tor folgen doch der glanz dieser welt verlangsamt meine schritte klingt nach alters schwäche haben mehr was ich hoffe er ist wirklich an seinem ziel angekommen klingt jetzt nicht so leicht hier diese bilderreise hallo freunde nugions das kann ich nicht machen nugions sie suchen die aufmerksamkeit der artgenossen indem sie mit den schwänzen wackeln schallkraft soziale wesen ich darüber das war ein bisschen zu weit da fliegt doch was oder nicht wo sind wir hier was gibt es erstmal hier gehen wir erstmal da oh nein was war das raus weg hier fängt mir gar nicht so so es ist da oben so die Frage ist komme ich da am besten hoch so wahrscheinlich das so wahrscheinlich nicht doch nein ja nein ich sehe gerade kaum was was war doch gerade oben da bilde ich mir das gerade ein tschuldigung 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 so für für die mitte brauche ich noch etwas energie ok was ist das hier für ein portal ok ok au au das war nicht so geplant oh jetzt bloß nicht die taste e drücken ok was haben wir hier ah kann man was aktivieren so ok verstehe bin dabei bin dabei kein kein stress bitte danke so ist freund ich kann ihn streichen hey so gehen wir zu dem in der mitte habe ich jetzt genug energie da vorne ist eine glüffel gehen wir doch natürlich gleich hin hallo hier ist noch ein wesen das ich nicht gefunden habe jetzt auch hoch also ja da geht es ja weiter da hinten ist noch eine glüffe schönheit um mich herum all die wesen all die verbindungen unter mir die ausgetretenen spuren der großen wanderung wir lösen uns verlassen diese welt etwas grösseres wartet auf uns steigen sie zu gettern auf oder was wird hier geschrien okay muss ich es hier hoch an so irgendwie wahrscheinlich von da oder auch nicht sehen wir uns einfach weiter hier ist etwas sieht aus wie klettern hallo 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 danke schön ich will euch nichts böses alles gut ach so ist der baum okay eine rückwand also frage ist kann ich auf diesen bäumen klettern beziehungsweise kann ich auf dem laub auf den ästen stehen hier kann ich schon mal klettern das ist ja schon mal was und ich habe es vermasselt und schon wieder sehr schön sehr schön die folge ist gar nicht alt und nicht so 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 okay hallo hallo was sind noch ein paar wesen hallo ihr wesen hallo strupps klein und ordentlich und schüchtern vergraben sie gerne ihre dürren beine im warmen sand und sie nur weiter wenn es absolut notwendig ist und süß die beine du bist frei ich glaube hier gibt es nichts mehr wo ich aktivieren kann oh da hoch klettern ich glaube ja da rüber klettern das glaube ich auch das hier korrekt ist was ich tue das bezweifle ich sehr stark ich bezweifle sehr stark was ich hier tue was gehen jetzt ja komm ok ich glaube nicht oder doch ich habe keine ahnung ui klettert hoch mein freund schauen wir später mal hin auch wenn wir den speicherpunkt erst haben der uns sicher hier ja ja was passiert was passiert ok verstehe das war das war anscheinend der preis jetzt jetzt aber kapiert sehr schön ist doch bestimmt auch noch etwas zu erkunden das kann doch nicht alles gelesen sein oh jajajaja uh uch 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 sehr schön ja aber wir können doch jetzt noch nicht gehen es ist so viel zu viel zu tun hier ok da hinten da da ein paar glyphen wahrscheinlich auch noch oder wahrscheinlich so die frage ist wie klettern wir hier da ist ein teleporter da ist ein teleporter vielleicht mal zu dem dieser sprung macht mich verrückt was ist los er und ja was schaffen wir oder auch nicht ich habe keine oder das ging ein bisschen tisch ok jetzt sind wir das so plattformen verschieben ok ich bin jetzt hier oben aber ich werde es jetzt noch nicht lösen aber ich schaue jetzt mal kurz da hoch das war vermasselt das können wir besser so die frage ist da ist auch so ein sprung dinge hallo 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 entschuldigung für die störung muss hier durch dankeschön mehr danke hallo grünli was haben wir denn da was haben wir denn da richtig ich will sie doch gar nicht ich habe doch gesehen dass ihr euch bewegt kaklutas ein ziemlich großer kaklutulus es ist nicht bekannt ob die kleinen seine nachkommen sind oder sie ihn als anführer verehren perfekt an ihre umgebung angepasst haben sie dennoch schwierigkeiten sich für längere zeit nicht zu bewegen hallo hallo ich lasse dich in Ruhe sehr schön so eine noch da drüben hm ich frage es ah ja ich wollte auch zu diesem Katapult hier die frage ist wie komme ich da hin bin ich hier richtig ja ich glaube es sieht gut aus damit wird es wahrscheinlich aktiviert in der Tat oh jetzt ist es aber schnell jetzt ist es aber schnell jetzt ist es aber schnell zack läuft doch hallo Grünli wie auch immer du hier so schnell da bist sehr schön sehr schön so ich glaube mir fehlt noch hm da hinten diese Glühfel glaube ich ich glaube diese hier aber sieht aus als ob wir hier klettern können oh nein wo ist denn da sehr schön heulender Wind scheint mein Wandern zu beklagen doch Schritt für Schritt nähere ich mich dem prophezeiten Land in großer Hoffnung auf ein klagloses Leben im Licht das wünsche ich dir auch so wie jeden von uns sehr schön wir sind hier durch schnell raus aus der Wüste das hat mir gar nicht gefallen diese Wüste hier so okay was haben wir hier ein paar Blöcke zum schieben verstehe okay machen wir das ganz ruhig hier komischen Vögel so komm das ist doch geschafft okay gut 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 ja 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 bleibt ruhig hallo komm lass dich streicheln hm süß da wartet er schon oh ich hoffe er nimmt mich nicht mit okay eins ist schon mal offen so aber hier brauche ich ein Licht ja von dem natürlich aber die Frage ist ah okay ich glaube ich habe es verstanden ich glaube ich hier ablegen und wieder mitnehmen sehr gut sehr gut schnell raus hier aus der Wüste ja das teleportieren ist schön so bitte lass mich in Frieden weiterziehen freundliche Bestie bitte nicht ich habe das Licht mhm danke sehr oh nein oh nein freundlich ach er nimmt mich mit Rulvukas die Lederhaut schützt diese Kreaturen vor der Sonne während der Wind sie abkühlt sie haben einen unheimlichen weitreichenden Ruf ja das glaube ich aber auch aber er nimmt mich wenigstens mit ich hoffe zum richtigen Weg ach schön da hat es ein großes Wesen erwischt ach echt schönes Spiel oh noch mehr ich glaube wir sind da Dankeschön so freundlich oh der Adept ein legendäres Tiergerittel oh ich glaube der Riss ist vorbei was haben wir jetzt also wir hatten das Licht die Leere der Riss und jetzt der Tempel das Tor oh ich glaube wir sind kurz davor oh ich glaube hier müssen wir wieder surfen ich denke was uns da erwartet sehen wir im nächsten Part ich hoffe ihr seid dann wieder dabei bei unserer Wilderreise mit Sir Onion und unseren kleinen grünen Freund da hinten vielen Dank fürs Zuschauen falls euch das gefallen hat lasst gerne einen Kommentar da schaut gerne unsere anderen Videos an auf Deutsch sind wir vertreten ansonsten sehen wir uns am nächsten wie sagt man da nächsten Station auf der Reise wir sehen uns auf der Reise bis dahin macht es gut ciao 智 olurs auf auf die hospitals にな auf auf 绑 fate compos